Der Zirkuskopf, der Zirkuskopf, der Zirkuskopf! Der Zirkuskopf, der Zirkuskopf, der Zirkuskopf! Was wir Ihnen präsentieren, war noch nie ein Platz. Eine Tier- und Völker-Invasion. Kommen, sehen, bleiben, staunen, kurz mit einem Satz. Jede Nummer eine Attraktion. Alles, was alle hier vorüber definiert, das ist klasse, das ist weltbekannt. Und was Fahnerkunde, die Kinder in Brasil, finden auch der Opa in der Hand. Wetter, 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 Wetter! Hochweil aus Pumpe, schönen Gedanken! Erregen Sie heute Abend, hier auf dieser Hüte, erstmals drei für Sieger Europa, den großen weltberühmten Zylos Gaiari! Als wir es in unserer Fünftige, als Regenante, die Christiane, die Christiane, die wir noch kennen, haben wir in einer musikischen Stelle unser größtes Protestverkehrsportler auch noch gekauft. Lassen Sie sich verzaubern von dieser frazilen Eleganz. Einmalst, bitte! Also, es wird noch nicht so sehr, 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 sehr acclimiert. Für mich ist eine Musikwekunde, die Christiane, die Christiane, die Christiane, die Christiane, die ich noch nie Bock bin! Und da schnappen sind sie hierher noch nicht so sehr, sehr! Und da es gibt noch nicht so sehr, 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 sehr. Applaus Als Nächstes Bliebgeld, halten Sie Ihre Lachen gut fest, denn jetzt erleben Sie eine einzigartige Glaubenbombe. Bitte halten Sie sich gut fest, damit Sie nicht vor Lachen vom Stuhl fallen. Ich schicke Ihnen eine Lachen, es war für ein kleines Wagen. Ich schwöre dir kein anderes Wagen, wer wird das, wenn es wagen. Ich tanze nach dem U-Machschatz und bring mir den Spum vom Ostpark. Alles nur für eine Lachen, ich bin hier mit der Lachen. b nh nh Los, nur vier, in den langen Tieren. Jetzt schaff uns, Freunde, weg, mach, ne, ne, bimische Schacht. In die Träume, die in der Asmus-Klinik fliechen. Los, nur vier, um Wollschacht. Es wird gut, dein Leben ist zu gut. Du hast du wahllisch Männer mit dem Ganzen. Los, nur vier, um Wollschacht, ne, bimisch. Wir sind immer wieder auf, wenn du machst, die Schenze. Wir sind immer wieder auf, wenn du machst, die Schenze. Wir sind immer wieder auf, wenn du machst, die Schenze. Liebes Gericht, nur ist eigentlich keine Steinzeit in der Vorstellung, Aber für euch haben wir es möglich. Erstmals auf deutschem Boden liegen, das ist nicht doch wie hier vielleicht. Unsere, älter als 87 Jahre, schwerer als 1,5 Tonnen. Unsere Elefantenkugel, die Herr Engelagern sind, hat bereits den letzten ähnlichen König samt sensibel Ehefrauen auf ihre Hunde getragen. Jetzt aber einig, bitte, für unsere seltenen ähnlichen Elefanten. Guti! Applaus 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 Liebe Damen und Herren, heute Abend erleben Sie gerne eine Fahrzeuge der Spitzenklasse, vorgeführt von der artistin Dana Marcella. Sie werden nun zwei Jahre diese Klasse in ihrer Eregeranz und an die Hunde weiterhelfen und die Sorge stehen. Vorrangig für unsere billetemütliche Akkobatin Marcella! Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Zulabe! 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 Wir werden die Zulabe geben, aber dann in etwas späterem Zeitpunkt, weil leider drückt ist doch sehr das Programm. Aber wir werden die Zulabe gleich auf jeden Fall noch nachliefern. Versprochen! Ich möchte jetzt, während die Herren aus der Loge hier die Orden verteilen, kurz die...